moin 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 liebe herrschaften ja ich begrüße euch heute zum heutigen video und zwar gibt es heute mal ein kleines talk video beziehungsweise ja talktastic hashtag ne quatsch also um was soll es jetzt gerade gehen und zwar um das thema youtube live streams da müssen wir auf jeden letzter zeit mich wirklich versucht mit den youtube live streams zu beschäftigen das problem an der geschichte ist aber ganz einfach streamlabs obs das ist so mein großes problem an der ganzen geschichte wer von euch streamlabs obs benutzt man kann ja am anfang bevor man da reingeht kann man ja sich mit einem konto verknüpfen lassen ich habe das damals benutzt um damit die ganze zeit immer auf twitch zu streamen und das problem an der geschichte ist ich kann mich aus meinem twitch konto auslocken das ist alles gar kein problem das problem ist bloß ich komme in mein youtube account nicht rein so weil sobald ich da drauf drücke verbinden kommt ein kurzer ladebalken und es funktioniert nichts so und das ist das problem was ich eigentlich schon von anfang an habe und ich weiß ganz genau ich habe ja gehofft es bessert sich irgendwie oder es gibt irgendwie eine andere gescheite möglichkeit auf youtube live zu streamen irgendwie normal obs aber das ist dann das ist so eine einstellungssache ehr wo da habe ich ehrlich gesagt echt kein bock drauf und mit streamlabs war ich immer super zufrieden aber nicht desto trotz ich komme in meinen account nicht rein so das bedeutet wir werden mit den live streams werden wir wieder auf twitch wechseln ja ich meine ihr habt wahrscheinlich auch letztens gesehen gehabt dazu kommt ja auch wenn du in dein konto nicht reinkommst natürlich kannst du auf youtube live streamen mit streamlabs das ist gar kein problem aber du kannst keine alerts einstellen du kannst du kannst nichts einstellen du kannst du kannst kein kein bot machen kein gar nichts so du hast mit der alert box alert box alert box null da kannst du wirklich null machen das einzige was du wirklich machen kannst ist das spiel einblenden man könnte theoretisch den chat einblenden nicht mal der chat läuft bei mir bei streamlabs obs das ist ja auch noch ein problem ich muss theoretisch den chat immer in einem neuen fenster hier bei mir aufmachen einfach damit ich überhaupt den chat lesen kann so das ist halt auch so ein problem deshalb es bringt mir einfach nichts und ich habe sowieso bei mir bei den ganzen videos in der beschreibung habe ich sowieso die ganze zeit twitch drin dementsprechend wird es jetzt erstmal auf twitch weitergehen ja videos werden auf jeden fall weiterhin kommen ja also so viel kann ich auf jeden fall mal sagen aber auch da müssen wir auf jeden fall reden und zwar gibt es da etwas wo ich eure meinung brauche und das würde mich auf jeden fall echt interessieren ich habe den eindruck dass ihr die karriere modus videos abfeiert ja es war ja auch vor ein paar tagen vor ein paar tagen war es auch komischerweise so dass ich einfach spontan eine waldhof mannheim folge hochgeladen habe und ich mein für manche ist das nix ja aber es muss ja irgendeinen grund haben warum plötzlich von 34 aufrufen plötzlich ein video mit 600 aufrufen durchbrennt so dass ich mein das muss ja irgendwie muss ja irgendwie das muss ja irgendwie ihr versteht glaube ich was ich meine oder ja und auf der anderen seite was eigentlich meine frage ist es einfach wollt ihr mehr karriere videos haben so weil es ist ja auch gleichzeitig so ultimate team bietet zwar eine menge möglichkeiten für content aber und jetzt kommen wir aber zu dem aber an der ganzen geschichte wenn man natürlich so ein kleiner streamer wie ich ist ja der so eine road to glory da macht du kannst theoretisch versuchen jeden tag irgendwie so ein pack opening von 45 packs zu kriegen aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin möchte sich das irgend einer angucken so ich mein wenn jemand auf youtube geht und er möchte irgendwelche pack openings videos haben ja und dann geht er zu einem so jemand wie bei mir ne und schaut sich da ein pack opening mit fünf packs an wo absolut nur schrott immer dabei ist natürlich ist es sowas wie eine geschichte ist ja völlig klar immer das zieht sich und zieht sich und aber ich merke auch die auch im karrieremodus baut man irgendwie so eine spannung auf also gerade bei der aktuellen waldhof mannheim situation wo ich sagen muss die videos sind verdammt geil muss ich echt gestehen die karriere läuft absolut super die frage ist halt nur was wäre euch denn am liebsten so deshalb schreibt auf jeden fall in die kommentare wird mich auf jeden fall interessieren und ja dann werden wir es denen wie man weitermachen auf jeden fall eins ist klar live streams twitch erst mal ganz einfach es bringt nichts es bringt mir absolut nichts ich hatte mir am anfang gedacht so okay wenn du jetzt videos auf youtube hochlädt dann wäre es ja eigentlich auch sinnvoll die live streams auf youtube zu machen aber wie gesagt wenn ich bei streamlabs obs in meinen account nicht reinkomme dann 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 bringt mir das alles überhaupt nichts dementsprechend ja schreibt mal eure meinung in die kommentare wird mich auf jeden fall interessieren in diesem sinne bleibt gesund ganz 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 wichtig macht's gut und wir sehen uns bis bald euer fantastic bis dann